Und nun geht's auf zur Nerano-Ahnengruft in der Hoffnung, dass die hier ziemlich nahe liegt. Ich ahne schon, dass ich wieder 5 Kilometer daneben gelaufen bin. Ich kenn das doch. Ich kenn mein Glück. Ich lauf immer falsch. Ja, komm, dich mag ich auch nicht. Bleib, wo der Pfeffer wächst. Ähm, da ist nicht wo, bla, blub. Ruine. Gut, dass dieses Gebiet so klein ist. So, richtig klein. Und wickrig. Und Morin ist ja nicht mal groß in dem Sinne. Als Spiel, wenn man das mal so sehen will. Haha, gelitten. Ich meinte nicht mich. Geh weg. Ich meinte nicht mich. Ich kann dich ruhig verabschieden, du... Arlith. Du. Arlith. So. Ähm, ja. Das war klar. Der war gegen Eis anfällig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sag ich ja. Was war das, was wächst hier eigentlich? Dortweizen und... What the hell? Und ich wette, ich bin schon in diesem... An der Ahnenruft irgendwie so vorbeigelaufen. Könnt ich nicht einfach mal so... Bäm, da ist die Ahnenruft. Nein, das ist ja zu einfach. Das könnte ja jeder machen. Ähm. Ja, manche Punkte wurden ja noch markiert, aber... Ah, die Ahnenruft hier. Nein. Nein, nein, nein. Was ist das für eine Hütte da? Und da hinten ist auch ein Eingang und... Da ist ein Vieh und... Hä, nä, 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 nä. Ja, das war so klar. Und dahinter ist noch ein Vieh und... Ich freu mich total. Und der ist pestkrank. Da freu ich mich nochmal doppelt. Los! Ich bin Pestkrank. Ne, bis der Arlid einen Punkt hilft. Achso. Der bringt mich um! Heilung, 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 Heilung! Heilung! Nein! Jetzt muss ich echt einen Argenlecht beschweren! Mitten in diesem... Natürlich! Und ich habe natürlich nicht Quicksafe gemacht. Nein! Ich mache das wieder so umständlich. Alles in Ordnung. Ich reagiere nur leicht über. Ähm. Ich glaube, jeder Außenstädte würde mich für bekloppt erklären, wenn er mich hier so... Ähm. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Dann nehmen wir das 3 in die Hand und geben die 1 drüber. Ähm. Ich sagte... Oh. Ohne Spaß... Deine Spielmoppen mit. Nein, ich hab nur... Nein, die hier so... 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 Nein, die, ich bin auch so tot. Ach, fuck, man... Oh, oh... Ich hab nur... Ich bin sehr schlau, ich bin sehr klug, K, L, O, K, ich mein K, L, O, G, ähm, nein, ich nehm keine Druck, ganz sicher, oh man, ich bin heute echt irgendwie, weiß nicht, ist die Ruhe vor dem Sturm, so ungefähr, äh, und, bam, danke, Bäm, und jetzt darfst du sterben, stopp, 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 no, Wohltat, 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 speichern, 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 da, 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 äh, und Feuerball, was, äh, Wesen ist das da hinten, und das da oben, ach komm, was haben wir hier, Telvos, ich ahne schon, dass das Telvos ist, was ist das da, äh, es kriegt viel Schaden durch Feuer, da, äh, dann ist mir das auch, Bums, Was bist du, Quammer Arbeiter, so sahen die aber im Ladebildschirm nicht aus, bitte, 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 sei dir angerufen, bitte, Nee, 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 nee ich möchte die ahnung finden wenn ich sie nicht finde dann muss mir das jemand schreiben wo sie ist da 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 und ich singe schon wieder zu viel und spiel auch nur nö 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 ich kann alles kommen Nun ey, so ein bepisstes Vieh. Also beim ersten Mal hat mir so ein Vieh ziemlich zugesetzt, so ein Scamp. Gut, was beschwere ich mich eigentlich darüber, dass der Gegner zu einfach war? Ach, das... Die MK-Logik. Ja, ja. Gegner sind zu schwer. Ja, 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 wir beschweren. Gegner sind zu leicht. Warum sind Sie so leicht? Was? Das spielst du einfach? Nein, ich bin nicht überheblich. Merkt es euch. Ach so, so eine komische Ratte da. So. Ich bin nicht überheblich. Ich möchte nur den Nerano-Gruf da finden. Herr J. nochmal. Kann doch nicht so schwer sein. Die muss doch hier irgendwo sein. Ich wette, ich bin fünf Kilometer schon vorbeigelaufen. Die ist hier direkt vor meiner... vor meinen Füßen. Das kenne ich doch. Ähm. Oder auch nicht. Auf der Suche nach der Nerano-Arnen-Gruft verzweifelt der MK. Und da drüben war ich auch schon. Ähm. Ja. Ach, Mann. Äh, wie das gerade aussah, als würde da irgendwas angeflogen kommen. Mit Dampf. Vor allem. Äh. So. Äh, der, der, der. Vielleicht ist das in diesem... Gebiet da irgendwo. Oh, oh, Mann. Äh. Eure Fähigkeit in Akrobatik... In Akrobatik? Hat sich erhöht? Was zum Geier? Ihr hättet jetzt Athletik verstanden, aber Akrobatik? Was zum... Äh. Ich frag lieber nicht. Das ist mir wieder schon zu doof. Bestimmt, weil ich irgendwie so 5 Kilometer in den Boden geflogen bin und... Äh. 5 Kilometer in den Boden geflogen. Äh. Genau. MK fliegt in den Boden. Alle anderen fliegen durch den Boden und MK fliegt in den... Äh. Was? Jetzt war ja... Jetzt hab ich schon wieder den Faden verloren. Ach, egal. Ihr wisst bestimmt, was ich sagen wollte. Äh. Da ist so ein komischer Käfer. Hier sind 1000 Bäume. Da ist auch so ein komischer Käfer. Und da ist das schwarze Nichts. Und hier ist auch nichts. Obwohl, da ist noch ein schwarzes Nichts. Irgendwo da, aber da... Pff, da ist ein Hügel. Ne, da ist nichts. Mann. Wo soll dieser hässliche Ahnenruf denn sein? Hrjot nochmal. Hrjot nochmal. Ja, Hrjot. Hrjot nochmal. Nicht Hrjot nochmal, sondern Hrjot. Das wisst ihr aber auch schon von mir, dass ich... Äh, meistens Hrjot sage. Hrjot nochmal. Hrjot nochmal. Oder mit J. Mit C oder mit J. Auf jeden Fall nicht mit G. Hrjot nochmal. Ach, jetzt kommt schon ein hässlicher... Boah. Geht doch alle weg. Bin ich jetzt ja nicht pestkrank? Aber hier ist auch dieser Berg. Und das ist ziemlich nah an dem Berg. Und... Ach. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte die Ahnenruft finden. Wer hat sie versteckt? Da! Bitte, Angruft! Bitte, bitte! Akrobatik hat schon die Sohn wieder gehört. Wegen dem Springen? Angruft, 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 Angruft! Yeah! Uhuhu! 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 Äh... Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ihr tragt zu viele Gegenstände bei euch! Meine Stärke ist gesunken. braucht man warum ist mein stück gesunken weiter und anders denn das ist es ein bug im grunde kann ich gar nichts mehr tragen was zum ähm 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 äh äh Pestimmunität Krankheitsimmunität bla 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 Korpusimmunität Modul und Sterne kann ähm ähm Magiebett ähm ja das ist sehr gut ich glaube ich habe einen Bug ähm ich speichere das trotzdem nochmal hier auf so einem normalen äh Loll Bug ähm entweder es schreibt mir dass es ein Bug ist dann muss ich den Typen hier nochmal töten den Knochenläufer oder wenn nicht dann sagt mir wie ich das beheben kann und auf dieser Stelle hier beheben kann und bis zum nächsten Mal im K-Indiana Jones mit dem Knochenläufer den Knochenläufer und dann